Bist du voll in meine Plasmas rein? Äh, ich hab grad irgendwas gespürt Ach, der ist wegen Target Lock Breaker. Okay, das erklärt, wieso ich den plötzlich nicht mehr auf dem Schirm wollte Ja, der ist da unten Auf zum nächsten Clean GP, EGP Da ist noch ein Thunder, der hier rum fluttert Gucken, ob der auch clean ist Ich bin zu öfters aber irgendwie